Die hochschwangere Patricia Lionel, 29, und Ehemann Alexandru Lionel, 30, beide Let's Dance, meldeten sich in der Nacht zu Samstag plötzlich aus dem Krankenhaus. Am Abend sei es der 29-Jährigen schlagartig schlechter gegangen. Ihre Hebamme habe ihr daraufhin empfohlen, ins Krankenhaus zu fahren und sich untersuchen zu lassen. Meine süße Frau hat Kopfschmerzen, richtig viel Wasser im Körper, begründete der besorgte 30-Jährige gegenüber seinen Followern den Krankenhausaufenthalt. Es müsse alles ausgeschlossen werden, vor allem eine Schwangerschaftsvergiftung, so Alexandru. Aber es wird. Bei Patricia Lionel wurde ein CTG angeordnet. Wie es ihr geht, scheiße, so die leidende Tänzerin. Um 2.31 Uhr konnte das Paar das Krankenhaus endlich wieder verlassen, ohne Geburt. Auch am Samstag klagte die Profi-Tänzerin weiter über geschwollene Beine und Füße. Aber ihren beiden ungeborenen Kindern gehe es gut. Sie wachsen und fühlen sich auf jeden Fall sehr, sehr wohl in meinem Bauch. Lange scheint die Geburt aber nicht mehr auf sich warten zu lassen. Wie Patricia am Samstagnachmittag weiter berichtete, habe sie ihre ersten, offenbar sehr schmerzhaften, Übungswehen bekommen. Ich dachte, ich sterbe gleich. Mein Gott, wie heftig ist das denn, das Ganze wieder zu erleben. Wie lange es jetzt noch dauern wird, weiß die 29-Jährige selbst nicht so genau. Übungswehen habe sie bei ihrer ersten Schwangerschaft mit Söhnchen Noelis nicht gehabt. Bis zum Ende der Schwangerschaft war alles tipptopp, dann ist die Fruchtblase geplatzt, und dann ging alles seinen Weg. 35 Stunden habe die Geburt damals gedauert, erinnerte sie sich in ihrer Story. Das will ich mit Zwillingen nicht erleben. Ich möchte, dass es schneller geht. Ich möchte, dass es schneller geht.